Guten Tag, mein Lieber. Heute gibt es eine wichtige Information für Dich. Was erwartet Dich auf meinem Kanal in 2019? Ich habe einige Filme schon vorbereitet. Das ist so ein Grundgerüst sozusagen. Also jeden Donnerstag erscheint ein Video und es gibt natürlich noch mehr zwischendurch. Aber diesen Gerüst möchte ich Dir auch erklären. Jeden Donnerstag erscheint ein Video zum Thema aus dem Schamanischen Nähekästchen geplaudert von mir, von Vadim. Wenn Du mich nicht kennst, mein Name ist Vadim Cenzel, ich bin ein russischer Schamane und ich bin ganz froh, wenn Du auch dabei bist und diese Videos anguckst. Und ich habe einige Überraschungen für Dich auch für dieses Jahr. Was erwartet Dich im Februar? Also in erster Linie, ich habe ein Video auch zusammengestellt zum Thema Abnehmen. Kommt am 14.02. Dann geht es auch um das Thema Angst. Da war auch eine Frage gestellt von Euch. Und zwar kommt am 21.02. Auch das Thema Blockadenlösung. Da haben viele gefragt, das habe ich auch eingeplant für 28.02. Oder was ist meine Berufung? Also wo gehöre ich überhaupt hin? Da kommt ein Video am 1.03. Was sind meine Gaben? Fragen auch viele. Und da habe ich auch ein Video gedreht. Dieses kommt am 7.03. für Dich. Einige meist kamen auch zum Thema Tod. Wie stehe ich persönlich dazu? Und da erfährst Du das Ganze auch in einem Video. Also das erscheint am 14.03. Wie kann ich mich fokussieren auf jetzt? Und kann natürlich auch meine ganzen Gaben ausleben? Das, was ich möchte. Auch da habe ich ein Video für Dich vorbereitet. Da habe ich das Video am 31.03. für Dich auf meinem YouTube-Kanal. Auch Thema Kräuter interessiert viele Menschen. Da habe ich auch was gedreht für 28.03. Aber auch, mach etwas aus Deinem Leben. Das erscheint am 4.04. Es erscheint noch was davor. Im Februar, und zwar am 7. Und zwar, wie wird überhaupt das ganze Jahr laufen? Aus der Sicht der Planeten-Codes. Und da hast Du auch was zu lernen. Viele haben auch die Frage gestellt, wie sieht es mit meinem Rücken? Was kann ich für meinen Rücken tun? Auch das habe ich hier in meinem Kanal. Da findest Du ein Video am 18.04. Ich habe sehr, sehr viele Klienten auch mit Schlaganfall schon erlebt. Und viele sagen, das ist wie ein zweites Leben für mich. Und das alte Leben lasse ich los, das neue erlebe ich. Was kann man überhaupt damit anfangen? Diese Chance muss man erstmal mal überhaupt erkennen. Das ist immer sehr schwierig. Aber auch hier habe ich zu diesem Thema ein Video gedreht. Es erscheint am 25.04. für Dich. Und natürlich auch für Dir, Selle, muss man sorgen. Und da gibt es auch ein Video. Schütze Deine Seele am 2.05. Thema Selbstheilung oder überhaupt Energiearbeit interessiert auch viele von Euch. Und da habe ich zum Thema Selbstheilung auch ein Video gedreht. Dieses erscheint am 9.05. Tipps aus der Natur gibt es natürlich auch mehr als genug. Und die gebe ich Dir am 16.05. Ich habe in diesem Jahr für Euch einiges vor. Und zwar einige Verlosungen. und eine kommt jetzt im Februar und zweite kommt auch nochmal im Mai. Und da gibt es einige eigentlich. Und diese Verlosungen bringen Dich nicht nur weiter, sondern Du bekommst etwas gratis von mir und ich freue mich, Dich zu beschenken. Viele haben auch die Fragen gestellt. Ja, was mache ich mit meinen Wechseljahren? Oder was wäre, wenn ich über 40 bin? Und da habe ich auch ein paar Informationen für Dich. Und zwar für die Wechseljahre am 23.05. Mehrere von Euch haben auch gefragt, ja, wie mache ich meine Rituale überhaupt? Oder was würde ich zu dem Thema überhaupt anraten? Und da habe ich auch ein Video gedreht. Und zwar, wie mache ich Rituale am 30. Mai? Auch kleine Wehwehchen bzw. auch kleine Themen sind natürlich auch auf meinem Kanal zu finden. Eine Dame hat mich gefragt, ja, ich habe immer wieder mehr Altersflecken. Altersflecken. Was kann er dagegen tun? Auch da gibt es ein Video. Und zwar, dieses Video erscheint am 6. Juni. Ein Video gibt es natürlich auch noch eine Woche danach. Und zwar, Deine Gaben 13.16. Oder Hilfe für Deine Haut am 20.06. Und wenn wir älter werden, also über 40, gibt es auch einige Sachen, die Plus oder Minus darstellen. Das heißt, Du hast Deine Vorteile, Du hast aber natürlich Nachteile in körperlicher Ebene. Auch da habe ich ein Video gedreht. Und dieses erscheint am 27.06. Wie mache ich eine Hausreinigung? Auch da gab es mehrere Anfragen. Da habe ich auch ein Video gedreht. Dieses erscheint am 4.07. Hast Du Dir mal die Frage gestellt, was machen die Zahlen mit Deinem Leben? Oder überhaupt? Da habe ich auch ein Video gedreht. Und zwar, die Nummer von Deinem Pass. Die sagt sehr vieles über Dich. Dieses Video erscheint am 11. Juli. Auch wie wir sprechen und uns kommunizieren, macht sehr, sehr vieles aus unserem Leben aus. Beziehungsweise es beeinflusst unser Leben. Auch da habe ich ein Video für Dich. Und zwar dieses erscheint am 18.07. Viele von Euch interessieren auch Edelsteine oder Kräuter. Und da habe ich für Edelsteine extra Video gemacht. Und zwar am 1.8. kannst Du das anschauen. Ich kenne auch viele Meditationen auf meinem Kanal. Aber viele Fragen nach geführten Meditationen. Auch da habe ich was für Dich vorbereitet. Und nicht nur eine. Und zwar geführte Meditationen am Meer. Mit meiner Stimme am 8.8. Kurz vor meinem Geburtstag. Auch das Liebesthema ist natürlich sehr wichtig. Die Liebe, Liebe. Auch da habe ich was aufgenommen. Und zwar die Gesetze der Liebe. Dieses Video siehst Du am 15. August. Und wenn Du Probleme mit Neider hast, kann es sehr, sehr schnell sich verändern. Und zwar, ich habe einen Film nämlich aufgenommen. Ich liebe meine Neider. Ja, diese erscheint am 22. August. Und die anderen Themen quer und durch. Also Hundermode, Matrix, Wiederhersteller, Spirituelles Malen. Auch das findest Du auf meinem Kanal. Alles im September. Viele fragen immer wieder, was ist überhaupt Engelalphabet? Das ist das bestgeklickte Video bei mir auf dem Kanal. Das Video ist ziemlich alt, mit blöder Musik. Ist aber egal. Da habe ich schon Einblicke euch verschaffen. Also über 100.000 Klicks, glaube ich, gab es. Und da habe ich noch was Neues vorbereitet. Am 19.09. erscheint ein neues Video zu dem Thema Engelsalphabet. Und noch mehr Leute interessiert das Thema Magie oder Voodoo. Auch da habe ich was vorbereitet. Denn ich arbeite damit natürlich als Schamane. Voodoo-Film ist am 26.09. geplant. Wir machen meine Amulette. Auch da kannst du ein Video abholen am 3.10. Und dann gibt es noch was ganz Spezielles am Ende des Jahres für dich. Nämlich einige Webinare kostenlos gratis zu wichtigen Themen. Ich habe ein längeres Webinar gratis aufgenommen für euch. Und zwar, es gibt zwei Teile. Das erste erscheint am 10.10. Das zweite Woche drauf. Am 17.10. Also das kostenlose Webinar über eine halbe Stunde. Und zwar mit dem Thema das neue Chakra-System. Wie funktionieren deine Chakren, wie funktionieren dein Aura-Feld und so weiter. Ich gebe dir natürlich hier auch viele Übungen auf die Hand, die du sofort umsetzen kannst. Und unsere Welt ist natürlich sehr verrückt. Also was ich in meinen Beratungen alles erfahre oder wieder sehe, ab und so haut mich selber um. Auch da habe ich ein Video für dich. Und zwar am 24.10. Ich habe auch ein Video für dich, beziehungsweise ein Webinar. Aber Enkel-Alphabet, noch mehr dazu. Also wie arbeitet damit? Was kann ich da überhaupt tun? Denn es gibt bald, bald heißt 2020, ein Buch dazu zu diesem Thema. Da arbeite ich schon seit sieben Jahren dran. Und da kannst du mit Enkel-Alphabet anfangen zu arbeiten, bevor du das Buch schon noch gesehen hast. Aber im Buch natürlich gibt es über 200 Zeichen von Enkel. Und man kann mit Enkel direkten Kontakt aufnehmen. Auch an Meditationen wird es natürlich nicht mangeln. Und weitere Themen. Ich habe mein Grundgerüst quasi aufgestellt bis Ende des Jahres. Aber achte darauf, was auch außer Donnerstagen kommt. Denn es gibt noch sehr viel mehr zu berichten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Deine Wadim Schänze. Und vielleicht sehen wir uns auf meinem YouTube-Kanal. Ich lege dir das nur noch ans Herz. Kostenlose Informationen für deine Weiterbildung. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020